Nathan, wach auf! Das war nur ein Traum. Und wo bin ich? Aber egal, ich muss die anderen finden. Das war nur ein Traum. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Wir müssen ihn aufhalten, bevor er etwas zerstören kann. Hände hoch! Äh, was? Ich suche nur meine Freunde. Ah, deine Freunde. Sie haben uns geholfen. Und dann haben sie uns betrogen und die Eisjäger geholfen. Eisjäger? Betrogen? Ich verstehe das nicht! Du musst es auch nicht verstehen! Du kommst mit uns aber ins Gefängnis! Schnapp ihn! Oh-oh! 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 Hey! Ja! Ja! Ihr geht runter! Und jetzt werde ich euch zeigen! Ich komme! Ich komme! Wo sind meine Freunde? Chill! Aber nimm das! Ah! Ah! Das war aber einfach! Feuer! Umber weg! Unweilen von Zolan ist gerettet! Bring ihn ins Gefängnis! König Le Gravis. Bache auf, Gefangene! Öffnet das Tor! Pssst! Pssst! Hey du, was willst du? Bald wird der Alarm losgehen und ich breche aus. Willst du mitkommen oder nicht? Hm, meine Freunde brauchen mich. Ich komme mit! Bleibt, wo ihr seid! Komm, lass uns gehen! Hm, hm, hm! Schnell, reinkommen! Lass uns gehen! Oh, oh, König Le Gravis wird nicht zufrieden sein. Meister, Sie sind zurück! Ist der Maschine bereit? Ja! Gut! Raussteigen! Wir sind hier! So, wo sind wir? Wir müssen in unsere Höhle gehen. Okay, und wo ist sie? Hier! Okay, lass uns reingehen! Pass auf! Was? Uff! Lass mich los! Hey, warum hast du das gemacht? Sie sind in mich eingerannt! Okay, okay! Aber was machst du überhaupt hier? Wir warten auf der letzte Teilnehmer! Ich? Ja! Du kannst mich nicht besiegen! Und Song! Bist du bereit, mein Schwert zu spüren? Willkommen zum Turnier der Weltern! Unsere Teilnehmer! Ein starker Kämpfer! Ein starker Kämpfer! Sunk! Ein Jedi-Meister! Young! Schnell wie ein Blitz! Slyther! Und zuletzt! Der Feuermacher! Nathan! Was? Ihr werdet in drei Wettkampfern gegeneinander antreten! Der Gewinner darf gehen und die Verlierer müssen bleiben! Ich mache bei euer Turnier nicht mit! Du hast mich einfach ausgetickst, um hier zu kommen! Du hast keine Wahl! Und was passiert, wenn ich nicht mitmache? Dann verwandeln wir dich in eine Spinne! Okay, ich werde in euer doofen Turnier mitmachen! Gut! Runde 1 beginnt bald! Runde 1! Der erste Runde müssen unsere Teilnehmer das Eis schmelzen! Schmelzen! Komm! Das war Young! Jetzt ist Leben lang! Feuer! Aber wie ist das möglich? Jetzt ist Song dran! Dieses Eis ist zu schwach für mich! Ich bin okay! Total okay! Das war Song! Jetzt zuletzt! Slyther! Das hat weh gemacht! Wir haben die Resultaten! In erster Platz! Nathan! Ja! In zweiter Platz! Young! Booyah! Und in dritter Platz! Es ist Zug! Und das waren die Resultaten! Slyther! Du bist aus dem Spiel! Diese Hunde braucht Kraft und Talent! Unsere Teilnehmer müssen schnell sein! Weil die Teilnehmer müssen drei Schlüsselsteine zum Portal bringen! Wer zuletzt sein Schlüsselsteine bringt, hat verloren! Sind unsere Teilnehmer bereit? Auf die Plätze! Fertig! Los! Und los gehen sie! Es sieht aus, dass Zung der erste Schlüsselstein hat! Kannone ist bereit! Energie ist voll! Bereit zum Schießen! In drei, zwei, eins, null! Feuer! Es hat funktioniert! Jetzt sind nur noch zwei Teilnehmer übrig! Sie müssen gegeneinander kämpfen! Und los! Und dann können wir auch beide nach Hause gehen! Ja, das geht! Hä? Ah! Ah! Du bist gekommen! Ja! Und jetzt wirst du meine Freunde zurückgeben! Nein, leider nicht! Sie haben sich verändert! Und dann werde ich sie zurückholen! Er hat Feuerkräfte! Schnapp ihm! Du bist gefeiert! Es brennt! Nein, nein, nein! Und jetzt euch zwei! Nein! Nein! Nein, nein! Nein! Ich muss heraus, nicht so schnell! Weil du hast uns in Eisjäger verwandelt, müssen wir dich zu einem anderen Band schicken. Es ist vorbei. Und jetzt können wir endlich nach Hause gehen. Nathan? Bist du okay? Ich bin besser als okay. Jetzt kann ich endlich zurück gehen. Nein! Was machen wir jetzt? Ich bin zurück. See you next time. Untertitelung des ZDF, 2020